Hallo liebe Freunde der dunklen Seite, willkommen zurück zu Star Wars Battlefront und mit dabei ist ein ganz besonderer Gast, nämlich der... Tombi. Genau das wollte ich auch. Auch, auch, auch der, sehr gut. Nein, der Tombi ist genau so ein besonderer Gast. Genau, genau, ja, ja, ich habe nur darauf gewartet, wer anfängt, deswegen, es war nur Fangfrage. Wer sich wieder für besonders hält, ja, ja, ja. Geil, ey. Ja, ja, ist ganz sicher. Genau, und der zweite Gast ist? Der Traumbusche, Runde Unentschieden. Runde Unentschieden, zum besten Zeitpunkt. Wir sind uns ein bisschen unentschieden, wer hier, wer ich Gast ist, das passt einfach gut. Angefangen mit der Begrüßung natürlich der Darkseid, sowas nicht. Und wir zocken eine Runde hin, würde ich schocken, mal gucken. Seid ihr schon die Helden? Ich nicht, ne, ich darf Rebellsordat spielen. Ich auch, ja. Ich bin Chewbacca. Chewbacca bist du auch hin, kriegst du auch vielleicht mal Bacta. Sehr schön. Ich schlambe, ich bin Bacta. Chewbacca. Ja, ja. Oh man, hast keiner, der sich beschwert. Ne, ne, alles gut. Alles gut, okay. Kommt noch, kommt noch, warte jetzt ab. Oh, da konnte man, genau, da konnte man mehr Erschlüsse machen, aber Chewbacca ist eh so krass stark. Na. Das macht mal Laune mit Chewbacca, ich habe schon eine 10 Lebensenergie, danke. Wer, wo man dafür verantwortlich war. Das war ich, bin hinter dir. Das ist gut. Ich bin ja die Dankenschwester in Person hier sozusagen. Ich habe hier noch einen Habitalschlag, wenn ich den gut setze. Oh ja, wenn du den setzt, ja. Ja, ja, der kann schon echt nervig sein. Hier oben, hier oben. Oh, Dengar, 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 Dengar. So. Oh, Dengar habe ich sogar eben. Dem habe ich schon auch nicht Schaden gemacht, auch von dem Dengar. Sehr gut. Da haben wir hinterher, ja, ja. Ah, das macht schon eine schöne Wache. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Hinter mir. Nein, die Wache hat mich. Die Wache. Ja, wieder eine Neste. Das hau ich schon wieder gern. Der ist hau ich schon wieder gern. Auf der anderen Seite ist Leda und eine Garde. Oh, sie sind alle da. Da vorne geht's ab, aber wir sind jetzt hier auch zu zweit. Oh, der Imperator kommt. Ja, soll er kommen. Oh, das. Ah, jawoll, ja. Nein, 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 hier bleib schön. Der ist gleich da und der ist gleich da und es gerade noch relativ viel kriegst du. Ich glaube, der Imperator ist weggerannt und heilt sich irgendwo. Ich weiß nicht genau. Nein, 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 ich sterbe gerade gegen. Nein, 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 nein. Ich glaube, er stirbt eher gegen mich. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Er ist auch noch tot. Ich habe ihn noch gekriegt, aber schade. Ja, das war. Nein, Imperator, 40. Geht da, wo du gestorben bist, mit Chewbaccaa ungefähr. Okay, naja, gut. Wir haben nur noch einen Luke momentan, aber der Luke kann sich ja, sollte sich jetzt irgendwie... Ah, gut, der noch was erledigt ist Energie. Alles gut. Alles gut bei Luke. Schafft er schon noch. Irgendwurste gerade noch Gnade. Oh, der Camp gegen Imperator um. Der Imperator hat ungefähr noch 15 Lebensenergie, der ist gerade weggeflogen und zwar richtig krass weit weg. Aber ich schieße es weiter auf ihn. Wo bist du? Wo bist du? Du bist da vorne auf der Seite. Ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Der Camp gegen Luke, ne? Der Camp gegen Luke, ne? Der Camp gegen Luke, ne? Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Jawoll. Ach, geil. Schön, 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 schön. Aber ich spiele echt gerne mit Chewbaccaa mittlerweile, der ist echt gut geworden. Aber am Anfang habe ich ihn gehasst, weil er irgendwie nix gerafft hat, aber jetzt macht er echt richtig krass. Ja, den haben sie auch gepatcht, ne? Naja, der wurde richtig stark gemacht, das stimmt. Jetzt starte ich als Rebellen-Salander und hab das Helden-Symbol angezeigt, das finde ich gut. Sagst du, bist du ein Held? Ja, ich bin Leia. Ja, ich nehme auch Chewbaccaa, komm. Ich nehme auch immer Chewbaccaa, ja. Jeder nimmt immer Chewbaccaa so schneller kann. Ich durfte ihn sogar als letztes noch aussuchen, also, der war noch offen. Echt? Jaja. Die wissen wieder nicht was gut ist, die wissen nicht was gut ist. So, wo wollen wir lang? Gut für uns. Wollen wir mal Luke? Nicht, dass er alleine durch die Ging jumpt? Naja, ich glaube einfach, ob er euch hinterher. Das können wir dem armen Luke nicht antun. Jetzt leuchtet so schön grün. Grün für die Hoffnung. Ups. Holzraste. Erstmal ausrasten. Ja, ja. Oh, da kommt was. Da kommt einiges angeflogen. Oh, der Luke rennt aber wirklich weit rein hier. Ja, das ist eigentlich blöd. Oh, Boss hat mir gleich auch nicht was hier abgezogen. Ich heile euch mal ein bisschen hier. Danke. Schön Heilung. Heilung ist ausgeteilt. Okay. Mal ein bisschen nach oben. Luke geht drauf. Luke geht drauf. Luke geht drauf, das ist schön. Das sollte er öfters machen. Oh, ich habe eine intelligente Rakete. So, ich wäre bereit, die abzufeuern. Ich brauche nur noch ein... Das erste auch von meiner Aggression. Okay, ich brauche mal kurz. Tommi, kommst du mal zurück? Ich könnte die Heilung gehen. Ja, ich komme gleich. Chewbacca kämpft gerade gegen wen? Warte, da bleibt da einfach. Nee, hinten. Wader von oben. Okay. Komm her, Dings. Ich komme, ich komme, ich komme. Tommi, komm. Schnell, schnell, schnell. Danke. Oh, jetzt kommen sie alle hier. Scheiße. R1, ich möchte bitte die Rakete haben. So, Boss ist tot. Boss ist tot. Ich bleib mal bei dir. Oben ist Raider. Wir können noch warten, dass wenn er nicht kommt, dann heils mich einfach. Der Raider ist getroffen und er hat mich auch getroffen. Nein! Nein! Irgendwer anders hat mich getroffen. Oh, wäre er auf der linken Seite. Oh, meine Rakete habe ich gar nicht mehr. Tommi, wo bist du? Da vorne ist... Ich renne mal zu der Heilung da vorne. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Ich habe Heilung. Hier, nimm. Leia ist für die Heilung zuständig, würde ich sagen. Na gut. Was sind denn alles wieder? Scheiße, überhitzt. Verdammt, verdammt, verdammt. Du bist gleich tot, ne? Ja, ja. Wieso machst du sowas? Ich weiß auch nicht. Aber der Vader hat noch... Der Vader hat noch 30%. Ich versuche mal ein bisschen... Okay, wir haben nur noch Leia im Auto an. Ja, ja, ja. Oh, Vader ist hier! Holt ihn euch schnell! Ah, nein, nein, nein! So spricht sie nicht. So spricht sie nicht. Ich sehe Vader, ich sehe Vader. Oh, der hat sich hochgehalten. Oh, ja. Der hat noch richtig viel Lebensenergie. Der kommt auf mich zu. Beschützt mich. Ich schieße auf ihn, wenn das irgendwie hilft. Ist hier irgendwo ein Powerhack oder so? Habe ihn auch schon 50 Schaden gemacht. Oh, wow, wow, wow. Er reflektiert meine Schüsse. Uncool, uncool. Er hat auch noch so ein paar Leute bei sich. Ja, ja. Aber er hat nicht mehr so viel, glaube ich. Ja, aber er hat nicht mehr so viel, glaube ich. Ich schieße auf ihn, wenn das irgendwie hilft. Jetzt kommt sie halt auf mich zu. Oh, 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 oh. Ruf mich schnell heilen. Heilen, heilen, heilen. Oh, ich werde weggewühre. Ich habe mich für dich geopfert. Okay. Oh, oh, oh. Jetzt wird es übel für dich. Ja, 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 ja. Ich versuche auch noch, dir reinzuübeln. Ich schaffe es nicht. Der hat nicht mehr fliegen. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Nein. Schade. Aber es war knapp. Wir haben uns gut geschlagen. Da waren sie noch zu dritt. Oh, Mann. Schade. Das war so knapp, ey. Ah, ich darf noch mal. Sehr schön. Echt? Das ist nice. Gleich mal für deine Spielweise hier belohnt worden. Ich weiß auch nicht. Ich bin Chewbacca auf jeden Fall wieder. Ich habe Gin genommen diesmal. Na, dann Prost. Pur natürlich, oder? Ja, ja. Natürlich. Wenn schon, denn schon. So, Han Solo bleibt hinten. Oder wo macht er? Was macht er? Na, jetzt kommt er. Okay. Sollen sie kommen. Du brauchst mehr Feuerkraft, das ist schön für dich. Wo sind sie denn alle? Oh, da kommt schon der erste Arbitalschlag runter, das war früh. Ja, ja. Geh mal hier so ein bisschen hoch. Da habe ich schon eine ganz gute Aussicht hier auf das Geschehen. Aber momentan... Da ist Wade da. Wade da ist unten. Ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Ich seh ihn. Ah, okay Han Solo geht vor, das ist nicht gut. Weil Han Solo im Nahkampf gegen Raider... Ah, das ist gefährlich, ja. Das ist gefährlich, ja. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich seh ihn, der Raider hin. 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 Ich verzonne meine Rache. Oh, 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 oh. Wow, 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 wow. Er explodiert aber alles. Das bedeutet noch 91 Prozent, ey. Uhuhuhu, das ist viel. So, Jen, was machen wir hier? Ah, da vorne ist schon wieder jemand. Yay, Chewbacca Ambrus. Mal wieder einen erwischt. Da vorne läuft Greedo. Oh, da ist noch wer, dahinter mir. Ich habe eine Rakete, Moment. Wartet, wartet, wartet. Sag mir, wo sie sind. Wo sind die denn alle? Da vorne ist irgendwo einer im Balleis. Ich seh Guido, ich se Guido. Wie kommen sie? Irgendwo hinter dir? Hinter dir ist Vader. Und Bossk. Oh, oh, weg hier, weg hier. Guido hat noch, Guido hat noch 10 Frut. Hab Guido, hab Guido. Schön. Bei Herrn Solo sind die. Okay. Ja, ich sehe sie. Ich sehe sie beide. Ich seh die Boss, ich seh die Boss. Oh, ich muss mich gegen... Ich helfe dir gegen Vader. Ich schieße ihn von hinten ab. Dankeschön. Ich habe ihn noch ein bisschen zurückgedrängt. Oh, jetzt. Jawoll, hab ihn. Oh, ne, da kommt Bossk mal hinterher direkt. Ich bin gerade über 1000 Punkte. Ha, ha. Sehr, sehr wenige. Sehr, sehr wenige. Ich habe auch nur noch sieben. Wir bräuchten mal Heilungen. Hast du das? Warte, warte. Warte, warte. Wo seid ihr? Komm, warte. Ich komm auch noch. Ich komm auch noch. Wirf die schon mal. Wirf die schon mal. Ich lauf dann rein. Na gut. Nein, ich bin gleich dort. Das Bossk oder ist das ein normaler Soldat? Ja, ich hab noch zwei Lebensenergie. Da vorne ist ein Heilungssymbol. Na, das hat er gerade eingesammelt. Ach, verdammt schade. Er kommt jetzt, glaube ich. Ja, für zwei Lebensenergie wird schwierig. Ich gebe mir mein Bestes, aber... Oh, der ist direkt bei mir. Keine Chance. Keine Chance. Ich komme, ich komme. Schon tot. Da war es dann schon ein bisschen zu spät. Aber ich habe zwischenzeitlich echt mal über 1000 Punkte mit. Ah, wir haben ihn aber. Sehr schön. Echt, wir haben ihn? Ja, wunderbar. Habe ich mich einfach mal versteckt, während du stirbst? Ich habe mich gern geopfert für das Team. Ja, bitte. Gut gemacht. Sehr nice, sehr nice, Jungs. Na, ich muss sagen, Heldenwürstück macht mir fast noch mal ein bisschen mehr Spaß. Aber das liegt daran, weil ich da nicht ganz so katastrophal bin. Ist schon ein lustiger Modus, das stimmt, ja. Wenn man auch gute Teammates hat, ey, dann läuft das auch. Ja, aber klar, wenn man so zusammenspielt, ist nochmal was. Ein ganz besonderes Gefühl, oder so. Jetzt bin ich wieder Rebellen-Soldat, wie schaut es bei euch aus? Ich bin leider wieder. Auf normaler. Okay. Habt ihr Bacta? Ja. Ja. Sehr gut. Wo seid ihr? Ich gehe mal zu euch und versuche, ihn mal ein bisschen zu heilen noch. So, Darkseid. Einmal Heilung hier für alle. Nice, nice. So, Shoei geht vor. Bleib mal bei Shoei. So, das Jumppack gleich mal hier. Uh, da kommt schon wieder das Angeflogen von da oben. Ja, ja. Da ist irgendwo ein wildes Bosk. Ja. Mit seinen schönen Furzen. Höhöhöhö. Der Jump wieder gepuppst. Hahaha. Oh, er ist bei mir, er ist bei mir, er ist bei mir. Oh, wow, wow, ausreichen. Ohoo. Doppelkreis drücken, wenn ihr fragt. Ich sage es jedes Mal, wenn ich ausweich. Bei mir ist Boss. Denga kommt auch noch von der einen Seite irgendwo. Wo seid ihr? Von der rechten Seite bei Darkseid. Oh, der Chewbacca wird richtig fertig gemacht. Oh, Chewbacca ist der... Wahrscheinlich dass... Der ist alleine gegen Wälder geknämpft, leider. Achso, ich dachte, er ist in das Zeug reingelaufen von Denga. Doppelkreis, Doppelkreis, Doppelkreis Danke für die Heilung, wollte ich mir auch gerade selber heilen, verdammt hatte ich schon geworfen gehabt Oh, das wäre da bei mir, oder? Ja, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt über dir Bin dabei, bin dabei, aber der blockiert gerade alles Oh, Bosk ist da hinten auch noch, da oben Nein, der hat einen Lichtschwertwurf Aber da schießen genügend drauf, ich glaube den Wader zumindest, den sollten wir da kriegen in der Ecke Ja, ich glaube, der hat mich gleich Was ist denn ein Viertel? Ja, ne, 10% 5% Achso, es wurde etwas verspätet angezeigt, aber Wader hat fast keine Lebensenergie mehr 20% ja Was? Der hat doch bestimmt 50 Meter gerade das Lichtschwert geschmeißen, das geht doch gar nicht Über die ganze Map, ey Ja, immer auf mich, immer auf mich Der lebt immer noch, Wader Krass, der hat doch überhaupt keine Lebensenergie mehr, das geht doch gar nicht Kann denn der noch leben? Ja, der wird hochgeilt wahrscheinlich wieder Ah, ich hab ihn Sehr gut Wenigstens einen, ey Wollt schon sagen, die haben die Londoner denn Ah, shit Außer, die anderen hatten auch relativ viel vorhin noch, oder? Ich glaube, der Han Solo ist aber ein Bedrängnis hier Ich geh zu ihm, ich geh zu ihm Denka hat noch 60 ungefähr Oh, der Han Solo kriegt gerade richtig scheiße Nein, nein, nein Oh, das ist schon, das ist der Ausgleich Nein, ja Da ist der Ausgleich wieder Schade Aber die Teams sind ja halbwegs ausgeglichen eigentlich, weil wir die erste Runde war ja ungeschieden, wo wir reingekommen sind Ja, ja Super Und wir sind sogar die ersten drei bei uns im Team, so muss das sein So, so sieht's aus Ich nehme es nochmal, alle guten Dinge sind drei Dreimal Chewbacca Oder Chewbacca, je nachdem Bin wieder Soldat Ich bin nie in Namt Hm, gut Schade, dass wenn hier alle dreimal Helden sind, das wäre natürlich besser, wenn wir das mal schaffen würden Ja Ich finde Chewbacca ist der einzige Held, der echt nicht gut ausschaut Na, der hat sich nicht so gut hinbekommen, ja Das Fälle sieht einfach nicht so doll aus, das stimmt Ich verstehe es vor allem nicht, weil die, eigentlich können sie ja relativ hoch auflösen, so Sachen machen, aber der sieht einfach irgendwie Ah ne, das haben sie nicht hinbekommen Als wäre irgendwie aus Zeitdruck entstanden, ne Ja, irgendwie schon, ja Aber ich meine, da hätten sie ja was nachreichen können, oder so Weil das sieht da echt gerade das Verfahren aus, also die Haut oder so bei den anderen sieht echt gut aus, aber der Sieht echt so aus, als hätte da so eine Scharfschützen-Tarnrüstung sich da angehört, ne braune Ja, stimmt, stimmt, ja klar, stimmt, echt Dafür gibt's bestimmt was Professionelles, oh, das Krennic Ja Wo ist ein... Was, der Lando ist schon tot? What? Woll grad sagen, wo ist denn unser letzter Held? Ich hab' den nicht gesehen Boah, die haben ja alle Thermal-Emploder hier, warte mal spring mal rein Ja, ich glaube, er sagt Ah, der Thermal-Emploder ist natürlich übel, wenn ihr hier gleich damit... Oh, Vader, Vader ist bei uns aufs vorne in der Nähe Der Krennic hat auch noch so um die 80% Ah, Boba Fett ist auch bei mir, oh mein Gott Immer wieder Boba, Krennic ist bei mir Ah, okay Hinter dir, pass auf, hinter dir, das ist... Hinter uns? Ja, wir sind ja total im Marsch Weiter, 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 weiter Weiter kriege ich, weiter kriege ich Weiter kriege ich, weiter kriege ich Weiter habe ich Weiter bin ich fertig geworden Hinter euch ist ein Hellensymbol, also könnt ihr es einsam in der Mindest schafft Wo, 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 wo Hier vorne 50, 50 Meter hier vorne Ja, ich seh's, ja Schaffst du, schaffst du, schaffst du Begleitschutz, Begleitschutz Danke, 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 20 Meter Hinter dir ist Boba, hinter dir ist Boba Das ist weg, das ist weg, das Hellensymbol Ah, nee Hab's, danke Das hätt ich echt, das war gut jetzt Das Hellensymbol Wo, wo wir auch grad eins Oktober Der müsste hier am Schiff gewesen sein Da's Boba, ich seh'n Boba, ich seh'n Ja, ich seh'n Oba's, Boba's Sehr gut, das schaffen wir Das schaffen wir Das schaffen wir Das ist noch Frennic 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 ist hier am Schiff Am Schiff? Hat er da sein, ein Schild? Ja, der ist in seiner Bubble, ja Ah, nervige Bubble Egal, holen wir uns, holen wir uns alles So, wo ist er? wo ist der schlager den auch noch nicht zu zweit da geht der alles hoch hier na wo denn da seitdem genau kommt er hat nicht mehr viel weiter doch eine hälfte leben ungefähr ja hälfte ja aber jetzt kommt der hat den bubble gezogen er rennt gerade der rennt zu unserem spawn hin in die richtung ich habe aufgeholt ich bin jetzt auch wieder ich bin jetzt nochmal schubacher das ist immer im wechsel gerade immer gleich vorne sind unsere hellen am anfang kann man gleich schon eine heilung raus und du kannst ja sehr gut meine zweiter mal zurückgegangen aber man kriegt keine punkte dafür komischerweise wenn du leute mit verteidst doch auch die hellen aber du warst nicht der erste wahrscheinlich bei mir war ich der erste diese verzögerung in meiner welt war ich aber meine welt ist leider nicht die welt die immer recht hat wenn man sollte auch mehr ladungen bekommen nicht nur eine wenn man das zeug da einsack einsammelt wenn das auch mal fünf ladungen oder so bekommen das wäre die fähre damit man sich die blöde ladung nicht mehr kaufen muss ich hab denger mit dem orbital schlag sehr gut sehr gut ich denke mal die runde dürften wir kriegen ist so ein blöder droide ich bleib mal in der Nähe Wade hat 106 lebensenergie das ist nicht so cool nochmal die ehrengarde wieder spielen en garde oh das boss von mir oh Wade hat einen schön oh der hat doch tolles leben ich muss weg ich muss weg Axel komm mal hierher komm mal hierher komm mal hierher das andere ding müsst ihr euch gerade hier draufgekommen dann auch Wade ah ok danke danke nein nein schießt das ding doch ich geh mal zu leer rüber die ist ja ganz alleine bei Wade ah verdammt ich hab gerade versucht Bosskab zu schießen aber hat leider nicht geklappt oh erster Held ist tot bei uns nehmen wir nochmal die ehrengarde oh Bosskab noch volles leben jetzt lad doch nach du blöde Rakete nein lad nach jetzt warte da natürlich Bosskab, 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 Bosskab ah die kämpft gegen Darth Vader ja da kämpfe ich auch gerade mit auch wenn ich nur eigentlich billige da kommt noch nein nein hat die Rakete ausgerüst und konnte deswegen nicht schnell genug Gegner angreifen aber hier steht es immer noch 2 gegen 2 oh die Leia ist fast im Orbital drin aber trotzdem hat er nicht viel Schaden genommen das muss bei mir wir haben beide noch über die Hälfte lebensenergie das ist glaube ich noch ganz guten Ort an ja ich glaube auch die Hoffnung ist noch nicht gestorben oh Vader ist fast tot wo ist er, wo ist er da haben wir da rechts oder ja ok er wirkt gerade noch bisschen schieß ihn ab dann haben wir gleich er blockt ab sehr gut er kann nicht, ewig kann er nicht blocken uuuuuh Heilserie schön oh das ist ein Geschütz nein 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 wo ist ein Geschütz hier unten hier unten hier unten hier unten oh da weg ich versuche gerade immer mit Chewbacca zu rollen das geht ja gar nicht oh ich habe eine intelligente Rakete bekommen die wird Bosk gleich mal zu spüren bekommen neiiiin grad wollte ich sie abschießen dann hat mich Bosk noch erwischt aber stehen wir haben noch einen Held mehr im Outern momentan schauts wieder gut aus ja ja auf die Runde könnten wir für uns entscheiden die haben hier so viele Geschütze ey das gibt's gar nicht so wo ist denn Bosk hä? oh Lea geht gerade da drauf ach 20 Sekunden hätte es noch gedauert ähhh ich bin was gehabt ich musste mal den Bosk suchen hier Darkseid ich such den schon auf er ist ausgerüstet sieben Sekunden noch vielleicht versteckt er sich auch irgendwo wo ist der? aber der ist auch so schnell ne den kann man gar nicht einholen ja mit Chewie sowieso nicht ey ach mann na schade er hätte die Lea ein bisschen weiter hinten bleiben sollen mhm naja wir haben uns wir haben uns tatvoll geschlagen der Wille war da ja eben das ist immer das was zählt so wir nehme ich dann jetzt euch wieder ach ich nehme wieder Chewbacca mal ein bisschen Chewbacca einfach mal spielen viele Runden irgendwann spielt der gleich noch mal Luke aber Chewbacca habe ich mich jetzt irgendwie so angefreundet gerade und Chewbacca ist ja auch cool von daher ja der ist auch richtig beliebt bestimmt mhm Luke wird hier relativ selten gespielt Luke wird immer nur gespielt wenn es gegen normale Einheiten geht weil Luke immer komplett durch ja weil er hier nicht so viel einstecken kann deswegen da gibt es auch schon eine Down bei sowas bei 1 gegen 1 meistens ich finde es auch mal geil wie Chewbacca am Anfang einfach zu groß ist um mit dem Bild komplett drinnen zu sein ja das stimmt das stimmt der Anzug sieht aber auch hier etwas seltsam aus von Lando dieses gesprengte der Umhang da ne ja äh das Cape da rennen alle nach oben dann schließe ich mich einfach mal an den nach oben rennen ich bleib mir bei Lando ja ich auch der war einer der nach oben renner Renn auch schon wieder auf den nächsten Berg ja Lando ist ja der Bergsteiger Bergsteiger Lando ja ich glaube da vorne sind sie auch gleich ja da sind so erstes geholt Tommi brauchst du back da ne ich hab grad noch ok schon wieder ein Helden das soll das dann später ja das Raider ich habe wieder gesehen immer schön den Glücksschuss äh den hab ich getroffen gut nice wo ist weiter ja hier ist Boba hinter uns hinter uns ja ne da unten rennt auch Greedo oder ne das ist Boba ja das ist Boba Entschuldigung der fliegt gerade der fliegt gerade weg ja 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 er hat schon richtig viel Schaden genommen hinterher hinterher ich hänge fest mit Chewbacca ich hänge echt fest ich kann mich nicht mehr bewegen ja ich geb ihn ich geb ihn der hat nicht mehr viel 20% vielleicht noch geil ich kann mich nicht mehr bewegen ah nicht cool ich hänge hier fest am Stein ah mit Jumppack rausspringen oder so ja mit wird schwer mit Chewbacca und dem Jumppack ach so ok du hast Chewbacca ok ja wow 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 jetzt kannst du mir Heilung geben ich bin unter dir irgendwie ja ok weiter nach stehen nach stehen ja danke sehr bitte bitte ja der blöde Druid hat mich erfasst und ich kann nicht ausweichen ja so Druid ist tot ich kann halt nur in eine Ecke gerade schießen nicht dich da irgendwie ausboxen ne ne ich komm hier nicht mehr raus mir gefällt es hier jetzt kann ich mich wieder ja ich kann mich wieder bewegen das besteht doch noch Hoffnung das besteht doch noch Hoffnung und ich spring genau zu Vader runter nächstes Mal haust du mir nirgendwo mehr raus naja tut mir leid so oh Vader ah 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 warte 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 oh nein 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 ach nachladen verkackt ist mich tot ja verkackt sorry sorry das ist ja eine spannende Runde hier ja wir bleiben es bleibt spannend hier ja naja 3 zu 3 aktuell wieder naja selten dass die so ausgeglichen sind das kriegen wir hin das kriegen wir hin ja gut glaub auch jetzt bin ich nicht Held jetzt kannst du ja wieder was ehren ach quatsch ich will die ganze zeit leer neben einer cloud mili immer weg ey manu das hab ich schon mal handen genommen das ist auch nicht schlecht auch mit dem ist was anzufangen naja na die Gegner können sich nicht entscheiden hm mal entspannt muss manchmal auch sein ich stelle als Rebellensoldat das weiß ich das weiß ich die Heilung fliegt natürlich gleich wieder am Anfang hier ja beides mal vielleicht zielster diesmal ja diesmal die 75 Heilungen geht doch geht doch manchmal klappt es ja doch noch manchmal klappt es ja doch noch so die Hoffnung stirbt zuletzt eine neue Hoffnung wie passend wie passend dabei bin ich gar nicht leer so Luke rennt ich wieder zu weit vor der Luke ey was macht er denn so ein Luke nein loser sag ich jetzt nicht das passt wieder jemand einer von den roten Garten da vorne oh jetzt geht der Luke doch noch rein oder was ja ganz alleine der rennt aber weg der ist fast noch voll dem sein ist nicht so schlimm Wader und Imperator sind gerade noch zusammen gewesen ja ich bin hinter dem Imperator der ist gleich tot der ist gleich tot oh ja stimmt der der war schnell weg geschossen der schießt seine Rakete lieber auf mich die Todesstrippe naja das war ja wohl mein kill Werders neben mir Werders neben mir ich bin grad auf der Lambda Fähre drauf Werders auch Krennic oh ok da muss ich aufpassen ich geh weg ich geh weg ich geh weg hat einer von der Spagda ne ich bin grad ne Ehrengarde du hörst das gehört ich bin tot ich hätte Bagda aber ich bin auch ehrengarde das ist immer geil wenn man eine Rakete hat dann macht das doch Spaß neiiiin ich muss mal dem Vader auch richtig Schaden machen hier das Vader hinter dem Felsen ok ja das Krennic auch aufpassen Luke ist schon tot aufpassen Krennic hab ich getroffen weil die haben beide noch fast volles Leben na die Lea die Lea ist gleich tot scheiße na ich hau ab und schau na lauf lieber die haben eh nur noch fans oder na das bin ich scheiße oh 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 also Vader hat noch 80% noch richtig viel na ich hab 82 nur noch das wird ein bisschen knapp für beide na da kann man nur noch weglaufen wir bemühen uns zwar noch so jetzt jetzt könnte ich halen ich Bagda wie wüsste du genau Schaff ich glaub die mir fürchte ich aber die kommen eh alle zum Schiff ich bin leider unten ich versuche auch mal richtig schon jetzt bin ich oben beim Schiff ich komm zu dir nicht stehen bleiben aber ich glaub die warten da oh ja 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 glaub ich ich glaub ich glaub die Gegner warten da in ihrer Bubble beim beim Kranic mhm wir spielen das ganz defensiv na gut na obwohl Vader kommt jetzt hier im Eingang ok wer ist hinter dir Drachenbursche da geh ich doch runter ah scheiße na ich war der hat mich ich war im Flug und der hat mit dem Lichtschwer mich mit dem normalen Angriff wecker und das geht gar nicht ich geh jetzt drauf die sind jetzt alle beide bei mir oh oh sie führen sonst haben wir ja immer die erste Runde vorgelegen und sie haben dann ausgeglichen jetzt hat sich alles geändert ja irgendwie haben wir da verschlafen mit einer Runde ja naja irgendwas sollte da mal wieder nicht sein so nochmal Chewbacca jetzt bleibs bei Chewbacca ich glaub ich nehm jetzt immer pro spiel nehm ich jetzt immer einen Helden damit ich den mal ein bisschen bisschen besser wird mit einem Held oh ja wieder Luke na solange der nicht mal reingeht direkt ja ja er ist halt so schnell und das nüsst du aus so Heilung dankeschön 105 106 107 109 und 110 auch noch ne Luke bleibt schön hinten ja na gut am besten hinten bleiben zusammen bleiben auf jeden Fall zusammen bleiben ist immer wichtig ja können sie ruhig kommen wir haben da auch etwas getötet so ist nicht da laufen unsere Leute ein bisschen vor aber die anderen spielen glaube ich auch ein bisschen defensiv jetzt haben alle hier ein bisschen auf defensiv gesetzt jetzt müssen wir ein bisschen nach vorne wagen um eine kleine Übersicht zu bekommen wo sich die alle rumtreiben aber das wäre ich wollte mein geschützter aufstellen habe ich schon 50 schaden gemacht weil das auf der linken Seite der Ampel Imperator ist bei ihm bleib mal lieber hinten ich komme jetzt beide ops gehst du weg bei unserem spawn sind die beiden jetzt okay oh verdammt der Imperator hat mich geschossen gerade nicht gut da heilt sich gerade der Imperator ja da sind sie alle jetzt die machen jetzt hier vor ja ich kann eigentlich nur versuchen wegzukommen nein ich hink fest wir versuchen hier wegzukommen das ist zu gefährlich in zwei gleichzeitig haben wir keine Chancen hier nahm naja jetzt mach ich ich hole mir mal Heilung da hinten ich glaube Luke baut jetzt scheiße ja Luke geht drauf oh ja gut dann bleiben wir weg zusammen oh hier der ist sogar low den holen wir uns der ist low den holen wir uns den holen wir uns jaaa äh Dings Dachfeld hat auch nicht mehr viel Dachfeld hat noch 30% vielleicht ja den kriegen wir okay ja gut dann auf jawoll jawoll super gedacht letzte Runde hier so ich hole mir jetzt mal schnell leer ganz schnell leer knacken haha ich glaube nicht dass sie hier nochmal so schnell weggenommen wird ja doch doch deswegen ich wollte sie die ganze Zeit nehmen ist sie so beliebt ja weil sie eine Heilerin ist bei Helmwissen Schuppen ja das ist natürlich mächtig ja kann schon gut sein wenn sie gut gespielt ist ja aber wenn sie dann alleine gegen Raider kämpfen muss dann halt auch mal schnell ja das ist klar ja ja oh Rebellen so laut na ich auch oh ne das passt schon jetzt hängt jetzt hängt es an mir ja 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 das lief diesmal richtig gut so da vorne sind schon wieder so ein Abenteurer hoffe ich da oben irgendwo wo jemand zu hause momentan noch nicht ab rein ja ich kann ja meistens immer von der linken Seite irgendwo runter wenn sie sich dann noch so ein Spawner zu schleichen ja moment in dem Fall hab ich noch keinen gesehen ich geh mal links hoch ne weil kann ich nicht einschätzen wo sie sind da kommt jemand angeflogen der ist aber ja ein Scout Trooper ja der ist tot von einem Kopfschuss von mir warum ist der Imperator bei mir Moment der versteckt sich jetzt kommt doch da ist Bosk da ist Bosk ja ich seh Bosk Bosk hab mich auch schon gesehen leider und hab mich gleich erschossen er hat nur noch 91 bei sich Wader ist bei Bosk hab die Angade oi oi Rakete ist bereit und die wird auch auf Bosk gefeiert direkt nein Imperator bei mir ja bei mir ist Wader den schaffen wir so das kommt schon oh das ist doch der Imperator ich bin tot oh ich häng hier ne Kiste fest ey das ist oah nein nein Rakete nein ich glaub der Imperator ist auch tot meine Rakete hat nicht schnell genug geladen oh da steht 2 gegen 2 das ist natürlich spannend hier weil es definitiv die letzte Runde ist der Wader will zum Wader will zum Heilungssymbol oh das ist ein Unentschieden dann wäre es nicht die letzte Runde wenn wir jetzt den Boss kriegen hier oh jetzt geht da ein Solo low schade ist der Tod Boss ist gleich tot Boss hat noch 5% nicht mal ja ich hab ihn ok sehr gut jetzt ist er richtig knapp Chewie gegen Wader ja weil der hat dich ein Heilungssymbol geholt der Wader oh ich seh weiter fliegen hat er viel Leben ja der hat richtig viel Leben ja der hat dich noch gehalten oh wow 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 ne das wird nix mehr das wird nix mehr oah schade 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 es war möglich gewesen richtig knapp richtig knapp war ne schöne Runde jetzt hab ich noch eine überholt auch noch ja das ist jetzt ganz knapp ey nicht mal 200 Punkte schade schade ja war ne spaßige Runde auf jeden Fall auf jeden Fall auch wenn der Ausgang nicht ganz so spaßig war und hier guck mal hier zwei Tombi ganz oben ja ja man kennt es man kennt es könnte es anders sein bei den anderen Folgen gar nicht ja ja stimmt bei den bei den großen Karten da warst du immer nicht ganz so weit unten wie ich aber unten weiter ja das war es auch schon mit dieser Folge vielen Dank fürs zuschauen die beiden Mitspieler sind natürlich unten verlinkt in der Infobox wir sehen uns beim nächsten Mal wieder vielen Dank fürs zuschauen bis dahin und tschüss